Sammler Omni-Chips beim verbrannten Krater ist ein neuer Omni-Schwertauftrag. Auch hier wie gewohnt drei Omni-Chips, die wir aufsammeln müssen. Und ich bin direkt neben Greasy, denn das hier ist der verbrannte Krater. Ich zeige es mal auf der Karte, genau hier an der Stelle, wie gesagt neben Greasy. Und hier gibt es dann wie gewohnt auch diese drei Omni-Chips. Und hier sehen wir auch schon direkt Omni-Chip Nummer 1. Oben gibt es eine Kiste, da drunter ist der Omni-Chip. Ist halt so ein zerstörtes Gebäude. Und von hier aus gehen wir einfach mal ein Stück weit rüber zum Krater hier. Da sehen wir auch schon direkt den zweiten Chip. Und dann gibt es den dritten Chip. Und der wird genau hier erscheinen. Der ist gerade bei mir nicht sichtbar, aber hier sollte dann Chip Nummer 3 sein. Also hier bei diesen drei Kratern jeweils ein Chip. Relativ einfache Sache. Man sieht es ja eigentlich auch hier ganz gut. Da ist ein Chip und hier ein Chip. Also wirklich super easy.